Eine etwas kompliziertere Form ist, wenn der Angriff Körpersklammerung von hinten ist und man einen Kipphandhebel ansetzen möchte. Man muss sich an dem oberen Handrücken orientieren, aber den unteren sprengen, sonst kommt man an diese Geschichte nicht an. Sprengen mit dem Ellbogenstoß hinten in seine Ellbeuge hinein. Damit löse ich diesen hier. Jetzt bin ich ganz dicht an dem Hand dran, muss sofort reagieren, drehe mit dieser Hand, also mit der gleichseitigen, den Handrücken nach Teil und jetzt gehe ich mit der anderen dran und gehe einfach nur an ihn vorbei. Ich zeige das nochmal von hinten, damit Sie das ganz von vorne sehen. Diese Hand möchte ich nehmen, diesen Arm und den Griff muss ich sprengen. Ich fixiere also diese Hand, sprengen diesen mit meinem Ellbogen rückwärts. Jetzt drehe ich diese Hand an und komme mit der anderen hinterher und drehe sie dahin. Noch einmal. Diese Hand will ich nehmen, diese muss ich sprengen, da hin, drehen und ich kann auch selber zu Boden gehen und gleich zu stecken.